Ja, so sehr stehe ich nicht unter Druck. Ich denke, wir kürzen das schon ab. Ich habe natürlich auch einen formvollendet ausformulierten Vortrag für Sie mit, aber damit will ich Sie eigentlich gar nicht mehr traktieren. Ich glaube, wir haben genug Informationen und eben in dieser Dichte erlebt, dass ich vielleicht eher so ein bisschen Freestyle, sage ich mal, erzähle. Es ist tatsächlich so, ich bin von der Friedrich-Ebert-Stiftung jetzt eingeladen worden, diese Ausstellung zu machen, diese Ausstellung zu schreiben. Ich bin als freier Ausstellungsmacher unterwegs mit meiner Agentur für geistige Gastarbeit, sitze ich in Bonn und bin tatsächlich seit Jahren schon damit betraut, die Geschichte der griechischen Gastarbeiter in Deutschland zu erforschen. Ich habe also seit 2002 ein großes Projekt, der Kulturstiftung des Bundes, Projekt Migration hieß das, mitbetreut und da die Geschichte der griechischen Gastarbeiter auch in Form von langen lebensgeschichtlichen Interviews und so weiter, einer sozial-historischen Forschung und Sammlung betreut. Das heißt also, von daher bin ich immer schon immer wieder auf dieses Thema gestoßen, auch die politische Geschichte, insbesondere wie sozusagen die Stimmung unter Griechen in Deutschland auch zwischen 1967 und 1974 aufgeheizt war und wie es da ganz eng auch zu Koalitionen und Schulterschlüssen zwischen griechischen Gastarbeitern, deutschen Linken, griechischen Studenten, deutschen Studenten und so weiter gekommen ist. Also im Ohr habe ich zum Beispiel ein Interview mit May Papuglia, die mir damals erzählt hat, spätestens seit 1968 hätte sie sich in Deutschland heimisch gefühlt, weil eben in dieser Stimmung sozusagen, in dieser grassierenden Stimmung auch der Solidarität und des Schulterschlusses sie das Gefühl hatte, wir sind gemeint, wir werden gesehen, auch mit unseren Problemen zu Hause, vor Ort und sozusagen, da war dieser Faktor des Integrativen für sie so stark spürbar. Ich bin immer wieder dieser Spezies sozusagen eines griechischen Alt-68ers, wenn ich mal so sagen darf, begegnet. Ich erinnere mich zum Beispiel Anestis Kelidis, ich weiß nicht, ob der hier bekannt ist, der den Pierburg-Streik damals in den 70er Jahren mitorganisiert hat, also einfach ein linker Gewerkschafter, der zum Teil allerdings auch zu wilden Streikaktionen aufgefordert hat und der mir auch wiederum im Interview sagte, ja, also diese Geschichte, Ermordung, Benno Ohnesorg und so weiter, das war für mich eigentlich sozusagen ein politisches Erwachen, das war für mich auch ein Punkt, wo ich in Deutschland sozusagen komplett angekommen bin, also die Identifikation mit den Ereignissen in Deutschland war da doch sehr, sehr stark spürbar. Eigentlich nicht verwunderlich und trotzdem war es für mich damals in meiner Recherche sozusagen ein Aha-Effekt, dass es so etwas wie griechische Alt-68er gibt. Es ist natürlich grundsätzlich so, dass meine Position diejenige ist, nicht das Zeitzeugen. Ich bin 1970 geboren und das Einzige, woran ich mich allenfalls erinnern kann, ist, dass 1974 in Griechenland die Panzer aufgefahren sind wegen des Zypern-Konflikts und wir dabei Nacht und Nebel raus mussten, aber ansonsten war für mich als Kind, so wie Danae Kuhnmas gesagt hat, sozusagen die Diktatur komplett unsichtbar. Und ich bin tatsächlich erst in meiner beruflichen Laufbahn mit der griechischen Wurzel und auch mit dieser politischen Geschichte stärker befasst gewesen. Zu der Zeit des Projekts Migration, von dem ich eben sprach, bin ich unter anderem auch einem anderen, ich sehe übrigens meinen Ordner hier nicht, ich glaube ich verzichte dann einfach mal darauf, ich wollte eigentlich noch ein paar Bilder zeigen, aber es ist nicht so schlimm, Costas Papa Nastassio begegnet, also auch dieser Typus, von dem ich gerade eben sprach, der als Student bereits in den 50er Jahren nach Deutschland gekommen war und sich natürlich dann auch eingereiht hat auf der Straße mit deutschen Studenten, der sozusagen auch dieses Thema der Diktatur in Griechenland, der Folter der KZ-Inseln, Jaros zum Beispiel auch in Form von Liedern dann zum Besten gegeben hat, popularisiert hat. Von dem wir zum Beispiel jetzt für die Ausstellung auch Plakate bekommen werden, unter anderem ein visuell, ich wollte es eigentlich zeigen, sehr eindrucksvolles Plakat, wo auf griechischen Säulen nicht der Phönix steht, wie die Selbstinszenierung, die Selbst sozusagen Suggestion der Operisten gewesen wäre, sondern als Aasgeier. Also da oben drauf sitzt dann also ein Aasgeier. Das sind solche Dinge, die ich von Costas Papa Nastassio sozusagen gelernt habe. Ich habe ihn auch übrigens nochmal eingeladen, ich hätte mich gefreut, wenn er auch selber hierher gekommen wäre, sozusagen auch ein Urgestein, auch einer dieser Veteranen, von denen hier schon die Rede war. Wir Nachgeborenen können ja im Grunde nur versuchen, so ist es vielleicht als Historiker, so ist es sicherlich auch als Journalist, der ich bin, als Ausstellungsmacher, der ich bin, also wesentlich auch Geschichtenerzähler, Geschichte zu erzählen über Geschichten, dass man einfach zuhören muss. Also erstmal bin ich ja sozusagen in der Situation desjenigen, der nicht dabei war, sondern der versucht, sich ein Bild zu machen aufgrund dessen, was die Leute mir da erzählen und aufgrund der Bilder, die sie mir sozusagen beschreiben. Natürlich auch aufgrund der Artefakte, die sich dann zeigen, also die sich irgendwo finden lassen, in Archiven, in privaten oder öffentlichen Archiven. Und naja, da war sicherlich zur Zeit der 68er, wo ja so eine mega utopische Stimmung sozusagen grassierte, Teil einer weltweiten Bewegung zu sein und am besten die ganze Welt auch noch hinschaut, während sich all das abspielt, Griechenland möglicherweise nur eine dieser Facetten. Also wir hatten sozusagen Schauplätze in dieser weltweiten Arena der politischen Umbrüche in Persien mit Bachmann Nierumann damals in Deutschland zentral vertreten, aber Lateinamerika spielte eine Rolle, Vietnam spielte eine Rolle, wo übrigens Rudi Dutschke damals sagte, Griechenland sei so etwas wie ein europäisches Vietnam. Dass jetzt Griechenland vielleicht in diesem Gesamtszenario nur eine untergeordnete Rolle spielt, könnte man meinen. Aber in meinen Gesprächen habe ich eigentlich immer wieder so erlebt, dass eben dieses Gefühl der 68er, dass die sozusagen in die Gesamtgesellschaft auch verstärkt hineingetragen haben, zu sagen, wir sind Kinder von, wir sind eigentlich Kinder des Nationalsozialismus und wir wollen damit bewusst umgehen, wir wollen damit auch brechen und das ist sozusagen auch eine Auseinandersetzung innerfamiliär, intergenerationell und so weiter, dass das natürlich die perfekte Voraussetzung war, dann in dem Augenblick, wo nach dem Weltkrieg erstmals ein europäischer Staat zur Diktatur wurde, dass das sehr, sehr intensiv sozusagen gerade unter diesen Linken, gerade unter den 68ern als ein Skandalon empfunden worden ist und man spürte, okay, unsere Väter sind es gewesen, die Eliten in Deutschland sind es zum Teil immer noch und jetzt sind wir auch noch umgeben sozusagen von lauter faschistischen Regimen in ganz Europa und dass man dagegen sozusagen Sturm gelaufen ist, dass man dagegen auf die Barrikaden gegangen ist und insofern glaube ich, ist tatsächlich zwischen dieser Geschichte der griechischen Diktatur und der 68er-Bewegung in Deutschland tatsächlich sozusagen ein organischer Zusammenhang. Manchmal ist es sogar vielleicht noch mehr als das, ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich gehört habe von einem deutschen Linken, Andreas Koderisch, der in die Betriebe ging, um die griechischen Gastarbeiter zu agitieren, wie das auch der Job der Linken damals teilweise war und dann seine griechische Frau kennengelernt hat, also er interessierte sich für Griechenland, über die griechischen Gastarbeiter, sie brachte ihm dann nachher Griechisch bei, man hörte zusammen Bella Ciao und daraus wurde dann mehr als nur eine Berührung, daraus wurde eine Liebesbeziehung und vielleicht um es mit Che Guevara zu paraphrasieren, Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker, also auch das hat es gegeben. Ich wollte eigentlich was über Theodorakis sagen, der ja für die deutschen Linken so eine ganz zentrale Figur, also auch für die deutschen Linken, das ist was ich sagen wollte, eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Ich habe zum Beispiel mal ein Praktikum gemacht bei Strömfeld Roter Stern, dem Verlag in Frankfurt, der geleitet wird von K.D. Wolf, also einem der Leitwölfe sozusagen, der Linken, der 68er, der APO in Frankfurt und ich erinnere mich, wie gefühlsgeladen seine Erzählung an den Stellen wurde, wo es um Theodorakis ging, um den Canto General, wo man merkt, das war sozusagen eine Hymne dieser Bewegung und bei meinen Recherchen bin ich zum Beispiel dann auch auf so eine schöne Sendung von Danae Kuhlmas gestoßen, wo sie über das Schicksal Theodorakis, wie er damals ins Exil ging, in dieses Satuna, in dieses Dorf und wie die Lieder von ihm nicht gespielt werden durften. Genau, das war glaube ich in den 70er Jahren, wo du das gemacht hast. Also in den Archiven ist das tatsächlich noch zu bergen, noch zu entdecken und wunderschöne Arbeiten. Genauso übrigens auch wieder ein Buch natürlich, dass der Mythos exekutiert wurde im Morgengrauen. Genau, also das sind Dinge, wo ich dann auch ganz dankbar bin als Nachgeborener, dass man sozusagen auf die Höhe der Zeit damals gehoben wird, gehievt wird mit solchen Arbeiten. Um nochmal kurz auf Theodorakis zurückzukommen, er hat dann, seine Lieder wurden verboten. Wir haben gehört, dass sie in der Deutschen Welle, Bayerischen Rundfunk und so weiter, dann haben gespielt werden können, sozusagen zurückgewirkt haben, auch auf Griechenland, sehr volkstümlich wurden und er zu so einer Art Gesang wurde, allgemeinem Gesang, also einem Schiboulet, einem Erkennungszeichen auch unter Oppositionellen europaweit im Grunde genommen. Ja, also im Grunde sind es sozusagen nur die kurzen Schlaglichter, die ich hier werfen kann, was ich tue, was wir in der Ausstellung versuchen. Da ist natürlich die Geschichte der 68er im Zusammenhang mit der Diktatur. Nur eines der Schlaglichter, also sozusagen eine der Tafeln wird diesem Thema gewidmet sein und auch die anderen Themen, die wir schon gestern und heute gehört haben, sei es die Gewerkschaft, sei es die Diakonie, sei es die politischen Parteien, also sagen wir mal die SPD, Willy Brandt, aber dann auch die griechischen Parteien, die griechischen Formationen, Pam und Pak und so weiter. All das wird Thema dieser Ausstellung sein, wird in dieser Ausstellung reflektiert werden. Das mit den 68er war sozusagen jetzt nur mein kleiner Beitrag, diese Vignette, die ich jetzt hier noch beitragen wollte. Ja, ansonsten vielleicht die kleine Aktion hier, Sie haben, es ist auch schon kurz erwähnt worden, Günter Wallraff, der sich angekettet hatte in Athen und man sich natürlich fragen kann, okay, er war jetzt nicht direkt ein 68er, aber es war sozusagen der Geist der Zeit, das ist so eine Art Happening-Kunst, wobei es bei ihm ja schon fast Richtung Manifestation, Richtung Blutzeugenschaft oder Märtyrium ging, weil er wirklich bereit war, auch seine Knochen hinzuhalten und vorher Schmerzmittel genommen hat, damit er es überhaupt übersteht. Auch das sozusagen in Kunst und Kultur wieder reflektiert worden ist, durch so ein Plakat wie Klaus Steck, wir hatten es ganz kurz gestern auch gesehen, die Kunst der 70er Jahre findet nicht nur im Saale statt. Also was ich eigentlich nur sagen will, ist, wir haben diese Reflexe, nicht nur in der 68er-Bewegung, wir haben sie unter Kulturschaffenden, Kunst- und Kulturschaffenden, wir haben sie zum Beispiel in einer Hymne an Theodorakis, von Degenhard, wo er sagt, wir werden uns wiedersehen im Abend, also sozusagen diese Freiheitssehnsucht und dieses Freiheitspathos auch geteilt wird. Oder wir haben es in einer ganz witzigen Form, zum Beispiel bei Wolf Biermann, wie heißt das jetzt genau, Ballade über die Umstände zum Tode von Despoten, wo er dann sozusagen die Despoten alle unter die Erde sinkt. Und es war ja genau die Zeit, wo wir sozusagen auch die Ablösung dieser letzten Diktaturen in Europa haben, in Griechenland, aber eben auch in Spanien, Franco und Salazar in Portugal. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir heute dieses Thema nochmal aufgreifen, haben, weil wir jetzt sehen, da ist sozusagen eine Epoche der letzten Diktaturen auch zu Ende gegangen. Wir haben sozusagen diesen Weg der Demokratisierung Europas gemeinsam bestritten und sollten auch durch eine solche Ausstellung, aber natürlich durch andere Aktivitäten ebenso, auch dafür sorgen, dass wir da sozusagen nicht die Rolle rückwärts machen in die Zeiten, in dieses ewig gestrige hinein. Insofern danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus